Hallo und herzlich willkommen hier auf VRD. Heute machen wir mal schwarzen Tee mit Ingwer und Minze und wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch gleich. Für das Ganze brauchen wir drei abgestrichene Teelöffel schwarzen Tee, ein Teelöffel Ingwer, ein Stängel Minze und zum Süßen nehmen wir drei gehäufte Teelöffel mit braun oder Rohrzucker. Ihr könnt den Zucker am Ende oder gleich am Anfang rein geben, ihr könnt auch drei Löffel mit Honig nehmen, wenn euch das lieber ist oder Süßstoff. Dann nehmen wir unser Sieb, geben den schwarzen Tee dazu, den Stängel mit Minze und reiben circa ein Teelöffel Ingwer mit rein. Und da wir schwarzen Tee machen, nehmen wir kochendes Wasser, 100 Grad und geben nun die 500 Milliliter Wasser hinzu. Nun lassen wir den Tee für circa zwei bis drei Minuten lang ziehen. So, unser Tee konnte nun zwei, drei Minuten ziehen. Das Sieb können wir jetzt rausnehmen und nochmal kräftig durchrühren, damit er dann auch gleichmäßig süß ist. Das Ganze kann man noch mit Minze dekorieren und schon ist unser Tee servierbereit. Das war unser Rezept, schwarzer Tee mit Ingwer und Minze für einen halben Liter Wasser. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert uns, klickt auf das Glöckchen und teilt und liked dieses Video. Besucht uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram und unseren Blog viat.com. Bis bald!